Moin Leute, ich bin Imke Zalander und das ist Angelo Canucci. Servus. Und wir haben drei richtig coole Workouts für euch vorbereitet. Die werden wir euch in den nächsten Wochen noch zeigen. Du hast jetzt keine Ausreden mehr und wenn du Bock auf mehr hast? Mehr Workouts, mehr Outfits und mehr Inspiration, dann geht's jetzt auf sports2000.de.